Bei uns ist die Appenzollegäse stach verwurzelt in Brauchtum, Tradition und Kultur. Man sieht das beim Überfahren. Wenn die Bauern die Salbe fahren mit den Tieren, geht voraus ein Schüppchen Appenzollegäse mit dem Gäsebub und dem Gäsemädchen. Es gibt in der Schweiz acht anerkannte Rassen. Die Appenzollegäse ist eine davon. Und dank dem, dass die Bauern die Milch dieser Appenzollegäse bei uns abliefern können, ist der Erhalt dieser Appenzollegäse auch gewährleistet. Das ist für mich Tradition. Und darum leistet der Melgen einen wichtigen Beitrag an den Erhalt der Appenzollegäse. Und das ist der Erhaltung. Das ist der Erhaltung. Und das ist der Erhaltung. Das ist der Erhaltung. Das ist der Erhaltung. Das ist der Erhaltung.